Eine Drogenlenkerin ist am Montagnachmittag im Bezirk St. Pölten aus dem Verkehr gezogen worden. Die 28-Jährige war mit ihrem PKW auf der Westautobahn bei erlaubten 100 kmh mit 148 unterwegs gewesen. Im Bereich Alt-Lengbach wurde die Oberösterreicherin dann angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass sie keinen Führerschein besitzt. Eine amtsärztliche Untersuchung ergab schließlich eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Im Wagen der Frau aus Steyr entdeckten Beamten außerdem eine geringe Menge an Drogen. Die Weiterfahrt wurde der 28-Jährigen untersagt. Die Oberösterreicherin wird der zuständigen Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.